Das heißt, maximal können wir jetzt mit den kompletten Killer-Punkten tatsächlich 54.000 Punkte machen, was schon ziemlich fett ist. Aber mit einem doppelten Blutpunkte-Offering hätte ich mehr gemacht. Damit hätte ich halt pro Kategorie 16.000 Punkte ergattern können und dann wären wir bei 64.000. Boah, hier voll der Erklärbär und so am Start heute. Mein Stream laggt so geil hinterher, das ist, äh, flop, flop, das, äh, jumpt immer so 5 Sekunden weiter oder so, das sieht geil aus. Okay, Ladebildschirm ist wieder anders. Du kennst den Namen auch nicht. Irgendwoher kenne ich den Namen. Schirone. Naja. Vielleicht fällt mir das irgendwann wieder ein. Oder der war einfach nur so ähnlich. So, wir legen einfach gleich mal hier eine Random Trap ab. Dann sollte ich checken, wo Ruin ist. Da hinten. Hier ist auch schon jemand in der Nähe. Alles klar. Hallo, Meg. Na, meine Süße. Ich hoffe, Ruin steht nicht so offen. Äh, sie hat das Wildpferd, alles klar. Cool, dass ich, äh, die Dinger hier unterscheiden kann. So. Ey, ich hab dich gesehen, Nia. Schick siehst du aus mit deinem Kleidchen. Gefällt mir richtig. Den Hit kriegst du aber. Die Nia hat auch so eine fette Raucherstimme, ne? Alter, was war das denn? Uh, so kannst du, äh, gerne liegen bleiben. Hab ich nichts dagegen. Äh, wir nehmen den Haken da hinten. Sollten wir schaffen. Außer, sie hat einen Wiggle Strike. Ey, guck mal, hier hat auch jemand gearbeitet. Nice. Wow. Jetzt können wir mit Barbecue die anderen beiden sehen. Ich glaub, mein Handy ist gerade voll gegangen. Und eventuell... Wo ist ein Ruin? War das nicht hier irgendwo? Wie ich immer mein eigenes Totem übersehe, ne? Aha. Hier ist es auch nicht. Ich hab keinen Plan, wo Ruin ist. Ich hab auch keine Trap mehr. Ich wollte hier gerade eine Trap legen. Jetzt seh ich Ruin. Üh. Hallo, Laurie. Ah, du bist meine Obsession. Das war ja klar, dass Laurie einen Strike hat. Alter. Das ist nicht dein Ernst gewesen, dass du jetzt Ruin zerstört hast, während ich hier langlaufe, ne? Du weißt, was das heißt, Nia. Ach, guck mal, da ist auch gleich die... Katie. Okay. Ja, so läuft das hier also. Das Ding ist, wir hatten halt schon zwei Leute am Haken. Oh, das ist noch kein Generator fertig, ne? Und an sich haben wir hier auch schöne Save-Gents. Lol! Ich bin über die Palette rübergejumpt. Wie geil war das denn? Den schaffst du nicht. Süße, den schaffst du nicht. Na ja, gut. Leider kommst du jetzt hier ran. Ich riskiere es jetzt nicht, mich da hinten einzutragen. Gut, dann mache ich jetzt mal hier die Paletten weg und dann sollten wir vielleicht doch ein paar Traps legen. Und ich würde schon gerne die drei hier safe machen. Ah, die sind... ziemlich nice aufgestellt. Sie hat gerettet. Wir legen einfach mal hier ein paar Traps ab. Okay, Laurie, du willst es so. Dann snacke ich jetzt dich. Hallöchen. So, mal gucken. Sie hat definitiv einen Strike. Verkackt. Oder sie hat sich den aufgehoben. Ich weiß es nicht. Aber sie ist Barbecue Nummer 4. Das heißt... Ach ja, wir kriegen ja 100% Bonus jetzt, ne? Das heißt, wir können sogar noch mehr Punkte machen. Das heißt, wenn wir jetzt ordentlich punkten, ne, dann ist aber... Boah, die Fall ist geil. Die ist ja richtig versteckt. So. Ich hab dich gesehen, Mac. Hi, Katie. Das ist, äh... Den hab ich jetzt erwischt. Scheiße. Ich wollte eigentlich die Laurie erwischen, damit sie hier Minuspunkte kriegt. Fürs Abfahren. Da hinten ist noch ein Eventhook, ne? Den müssen wir uns, äh... Safe machen. Ah, okay. Sie ist weggegangen. Gönnen wir uns mal die Falle. Ach, guck mal, und da ist die Nia auch schon. Hallo, Süße. Zack, da hast du den Hit. Oh, hier hinten bist du richtig. Hier ist ein Eventhaken. Ne, hier ist kein Eventhaken. Als ob der noch gesessen hat. Boah, da sind noch zwei Eventhooks. Leck mich doch. So, hauen wir den mal hier hin. Hallo, süße Mac. Maggie, ich hab dich nicht vergessen. Auch wenn ich Katie mittlerweile bevorzuge. Ja, aber du bist immer noch meine Nummer zwei. Kontakt. Oh, die erste ist tot. Oh, das könnte knapp werden. Oder auch nicht. So. Ah, ich sollte auch mal gucken, dass ich auf Barbecue achte. Guck mal, hier wird geworkt. Auch wenn wir die hinten safe machen, müssen wir die hier nicht außer Acht lassen, ne? Es tut mir sorry, aber wenn du zu mir gelaufen kommst, dann war's das jetzt für dich. Äh, das war der Mighty-Trapper-Schlag, ja? Kennst du den etwa nicht? Hex. Ja, das war doch kein Hack, also. Ich bitte dich, ja? Sehe ich aus, wie jemand der Hex benutzen würde? Nein, das war ein Leck oder so. Äh. Aber gut. Wir horchen mal hier an unseren Safe-Gents. Die hören sich noch relativ gut an. Und die arbeiten auch da hinten weiter. Ah, wir müssen eh da hin, wir haben da noch eine Falle liegen. Okay. Hier ist keine. Nein, wir gucken jetzt ein bisschen auf Geflüster. Ja. Ja, hier in der Richtung. Huhu, wo seid ihr? Kate? Laurie? Ich kann euch riechen! Hihi. Ah, sie. Ja, lauf in die Richtung. Ah, ich bin nicht sicher. Ob sie... Sie hat ihren Strike noch nicht genutzt. Fuck, da hinten kriege ich sie nicht hin. Und der andere ist in der Nähe. Ah, guck mal, hier ist noch eine Palette. Och, also ich genieße das Dasein als Killer, würde ich sagen. Oh, ich stelle hier mal noch eine Trap auf. Jetzt müssten alle ausgelegt sein, ne? Und laut Geflüster soll sie halt nicht hier sein. Ah, sie ist retten gegangen, das finde ich okay. Und sie läuft in die richtige Richtung. Und da ist der letzte Event-Haken. Okay, sie ist nicht so weit gelaufen. Die sind hier irgendwo. Ich habe sie halt nur vom Weiten kurz gesehen. Aber gut. Gut gespielt. Ah, guck mal, da ist der Event-Haken. Hier ist wieder aus. Da hinten. Ich habe sie gesehen. Ja, da läufst du richtig, Kate. Nein, da läufst du falsch. Na gut, da hat sie mich noch ein bisschen ausgetrickst. Ich werde schneller. Du auch? Na? Blutlos. Ah, die sitzt da hinten am... ...Generator. Das heißt, eventuell sehen wir sie jetzt mit Barbecue und dann GG. Tut mir leid, Chirone. Ah, wir sehen sie nicht. Scheiße, sie ist in unsere Nähe gekommen. Das heißt, die Lori könnte jetzt die Luke finden, ne? Okay, die Luke ist hier. Wir legen da mal ein, zwei Fallen nieder. Alter Pro, sagt er. Wir legen mal hier noch eine hin. Ich will das Ding jetzt auch nicht zu klein sein mit Fallen, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt halt... Sie ist hier irgendwo, alles klar. Lori! Sie ist da irgendwo. Das ist mir recht. Wenn sie hier ist, ist sie weit weg von der Luke. Okay. Wo ist sie hin? Die muss da hin sein. Da ist sie. Na? Na? Ah, hat sie Glück gehabt. Scheiße. So knapp und sie wäre durch die Falle gelaufen. Naja. Die hat sie wohl gesehen. GG. Aber wie gesagt, ich wollte die Falle jetzt nicht unbedingt zu kleinsten mit Fallen. Ich wollte die Falle nicht zu kleinsten mit Fallen? Nice. Ah, Double Pip. So muss das. Erstes Killerspiel. Aber da haben wir jetzt gemacht. 80.000 Punkte. 53.000. Barbecue nicht mit eingerechnet. Äh. Äh.